Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 9.7.2021 Und die Bären haben zwei Buben aus ihrer Hand gezaubert. Der DAX hatte gestern mit Ass und König sich nach oben gekontert, zwei Buben schlagen Ass und König und damit hat es die Kiste komplett wieder umgedreht. Es hat ja gestern schon etwas danach gerochen, wir sind darauf eingegangen, dass wir technisch betrachtet ein klares Kaufsignal auf der Oberseite gesetzt hatten, ein Überwinden der Range, das ist nichts, was ich mir aus den Fingern herbeigesaugt habe, sondern es ist technisch einfach so, wenn ein Markt Widerstände überwindet und insbesondere Bereiche, die vorher stark begrenzt haben, wie zum Beispiel hier die Hochs um die 7.10, wie die 6.70, die ganz lange immer wieder gesperrt hat, dann ist das ein Kaufsignal, das ist in der technischen Analyse so, das habe ich mir nicht so ausgedacht, dafür habe ich auch die Zertifizierung, um eben sowas einordnen zu können. Das lernt man, wenn man wirklich technische Analyse lernt, lernt man sowas. Und das Wichtige, was wir in die Kombination aber immer mit reinnehmen, ist eben auch ein bisschen auf die Leute zu gucken. Und da haben wir schon gestern gesagt, Vorsicht. Vorsicht, es riecht dann nach, wie als macht er wieder die Rolle rückwärts. Weil eben ganz, ganz, ganz viele emotional richtig ausgebrochen waren. Ich habe euch ja davon erzählt, dass hier Leute richtig frech teilweise zu mir gewesen sind. So nach dem Motto, du hast doch hier unten gesagt, er könnte hier unten weiterfallen. Ist er ja nicht, es war ja so klar, dass er steigt. Und in einer Art und Weise, wo ich gesagt habe, diejenigen, die müssen hier unten richtig Stress gehabt haben, weil sonst würden die nicht emotional ausbrechen in dem Moment, wo der Markt dann wieder hochkommt. Das zeugt davon, dass die auf Positionen saßen, mit denen sich in dem Moment, wo er hier unten ausgebrochen war, aus dem Dreieck, hat das Dreieck unten ausgelöst, unwohl gefühlt haben. Und deswegen hat man darüber gesprochen, dass er sich gegebenenfalls durchaus, wenn er weiter nach unten arbeitet zum Freitag, durchaus wieder in den Bereich zurücklegen kann hier. 5,50, 5,15. Das war die Idee zum Donnerstag. Weiter hatte ich ihn zum Donnerstag noch nicht gesehen. Hätte er gedacht, dass er den Rest dann am Freitag macht. Da hat er jetzt voll das Überraschungsmomentum genutzt. Und da muss man auch ganz klar sagen, was haben wir gestern gesagt? Wenn der da oben die 7,10 jetzt halten kann und sich durchdrückt, dann long, dann long. Dann hoch bis 7,80, dann hoch bis 9,40. Das haben wir gesagt. Aber es ist ja nicht eingetreten. Und egal, wie oft wir das immer wieder besprechen, zeigt mir jeder neue Tag, jeder neue Handelstag, dass die Leute das immer noch nicht verstehen. Ich persönlich kann es aber nicht anders erklären. Und versuche es deswegen heute auch nicht nochmal darauf einzugehen. Ich glaube, ich habe genug Möglichkeiten und Hilfestellungen gegeben und werte das dann einfach mal so, dass manche Leute es auch einfach gar nicht verstehen wollen, was wir machen. Ja, und ich werde das daher heute ignorieren, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Denn es ist wichtig, jetzt über die aktuelle Situation zu sprechen. Aber es ist einfach erheblich enorm wichtig zu gucken, was passiert da früh. Ja, wenn ich abends die Analyse schaue, was passiert am nächsten Tag früh. Und wenn ich sehe, dass der überhaupt nicht mitmacht, was ich haben will, zum Beispiel dieses Kaufsignal zu bestätigen, sondern schon einen Abwärtsgap bringt, was ja eigentlich völlig entgegen dem spricht, eine rote Stundenkerze nach der anderen, dann hat das nichts mehr mit Kaufsignal zu tun. Dann ist das ein Konter. Ja, und dann gehen wir da unten durch. Und unsere Lisa, die ist sogar hier unten noch an der Spitze eigentlich, ist die nochmal short reingegangen und gesagt haben, Na, ist halt einfach schwach, die Gäste. Ist halt einfach schwach. Er macht genau das, was er machen soll. Auf der Kontervariante. Ne, und dann haben wir gesagt, nächste Ziele hier, 3,50, 3,20, ins A getroffen, das Ding. Ne, also der hat sich richtig schön hier unten dann nochmal die Zielbereiche geholt. Dann hat man gesagt, rückläuft die 67. Technisch ein einwandfreier Tag für jemanden, der sich einfach auf den neuen Tag eingelassen hat. Wer natürlich da steht und sagt, hat gestern Kaufsignal gesagt, Martin hat gesagt, er steigt bis 9,40. Und dann hier unten irgendwo anfängt, Longs zu handeln, obwohl wir klar gesagt haben, der muss hier drüber bleiben für Long-Position. Dann wird man da nicht glücklich. Das muss jeder selber erkennen. Wenn der komplett in die andere Richtung losballert, wie das, was die Technik vielleicht vorgibt, weil dann ist immer Überraschungsmomentum da und dann kommt auch ordentlich Zug auf die Leitung. Da muss man aber, also so viel Menschenverstand traue ich allen zu, die die Videos gucken, weil sonst würdet ihr gar nicht erst auf den Kanal gucken, dass man 8, 9 und 10 Uhr erkennt, ob die Stundenkerze rot und über 7,10 ist, äh, grün und über 7,10 ist oder drunter. So, und das war ganz klar drunter. Der hatte richtig von der ersten Minute angezeigt, dass das ein schwächer Tag ist. Er hat nicht schon in der ersten Minute angezeigt, dass das so tief gehen wird. Na, aber zumindest, dass das schwach wird. Na, wir haben auch recht früh schon gesagt, wenn er das zerbricht, wenn er die 6,20 per Stundenschluss, so war es unser erstes Update, früh 8 Uhr auf 2, wenn der abwärts gab und wenn er jetzt Stundenschluss unter 6,35, 6,20 steht, dann bis 5,15 im Zweifel. Na, dann kam der Stundenschluss direkt gleich auf der 8 Uhr Kerze, na, direkt Stundenschluss unter 6,20 und dann war alles dann, zack. So, dann stand hier unten und dann kam keine Umkehrkerzen, aber man hat gesagt, solange jetzt rote Kerzen kommen, 4,5 Stunden noch weiter. Was kam 4,5 Stunden weiter? Also in dem Sinne, ein Tag, mir haben ganz, ganz viele geschrieben, äh, was für ein geiler Bürstentag, aber ich habe auch den YouTube-Kommentaren entnommen, dass sich wieder ganz, ganz, ganz viele, äh, schwergetan haben. Aber ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, wie wir eine Analyse rangehen, wie wir mit dem Markt umgehen, ob der Markt recht hat oder ob die Analyse, das haben wir alles die ganzen letzten Tage irgendwie, weil das ist die ganzen Tage immer wieder das Gleiche. Deswegen haben wir auch gestern gesagt, Vorsicht, Vorsicht, wenn ihr jetzt wieder kontert halt, ne, aufpassen, ähm, weil die Leute dann so ein bisschen komisch einfach waren, auffällig, kontraindikativ komisch waren, ja, wer das dann immer noch nicht greifen kann, dann tut es mir leid, dann kann ich ihm nicht helfen halt, ne, dann konzentriere ich mich lieber auf die anderen, die da den Mehrwert haben aus den Videos und die das auch aufgreifen können, die das nutzen können halt, ne, ähm, als mich an denen abzukämpfen, an den wenigen, die es wahrscheinlich gar nicht verstehen wollen. Also in dem Sinne, der DAX ist, man sieht es auch hier, auf und so einen Short-Trigger geknallt, hat diesen umgeschlagen, auch hier einen Stunden Schluss drunter und das Ziel erreicht. Das Ziel war hier die 3,50, das ist durch, ne, das heißt, der erste Block ist fertig, der Trend ist gebrochen, das Dreieck ist raus. Ich meine Dreieck, ich hasse Dreiecke und ich weiß auch, warum ich Dreiecke hasse, genau wegen sowas. Unten ausgebrochen, oben ausgebrochen, unten raus. Ne, das ist, also für einen DAX ist das typisch, bei symmetrischen Dreiecken, die gehen immer Mist, ich, dass aber diesen Trend dann so, naja, ist egal, aber Fakt ist, er ist raus. Er ist auch unterhalb der Tagesrange der letzten Tage und wir gucken gleich auch auf den Tagesschart, der ist nämlich auch per Tagesschluss unterhalb der wichtigen 4,60. Und das gibt dem ins Raum unten halt, da noch ein bisschen weiter zu machen und in diesen Keilausbruch hier noch ein bisschen zu arbeiten, der ja noch ein bisschen Platz hätte. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne hier eigentlich einen Trigger ansetzen und würde sagen, okay, alles, was jetzt da auch noch unter 3,30 geht, hat auch noch weiteres Potenzial. Weiteres Potenzial ist, sagen wir mal, vielleicht erst mal 180, kann aber auch eine 150 werden, im absoluten Extrem sogar eine knapp so über der 15.000 hier, würde ich jetzt zum Freitag noch nicht ansehen, glaube, der macht da eher eine bescheidenere Kugel und kann es aber momentan nicht wissen, er ist momentan sehr storrig und deswegen sprechen wir auch gleich noch über die Alternative, wenn er nämlich nicht unten rausarbeitet, wenn wir keine weiteren roten Kerzen sehen, warum würde ich denken, dass er unten rausarbeitet? Ich würde denken, dass er unten rausarbeitet, weil er es einen Rücklauf wunderschön von unten an die 4,60 gemacht hat. Traumhaft. Das ist fast, also technisch absolut hochwertig, wie er sich bewegt hat hier unten auch, wie er das auch angezeigt hat. Man hat auch an den Tiefs gesehen, wirklich, als er dann die neuen Tiefs gesetzt hat, hat man gesehen, der Bildtiefer, weil er die Tiefs nicht hochgekauft hat. Denn dann hat man richtig gesehen, der geht jetzt noch bis 3,50, 3,20 und dann kam der Konter. So, dass man auch sagen konnte, okay, von jetzt bis 4,60 oben Risiko. Deswegen hat man mir auch dann gesagt, hier unten Position aussehen. Also ich, Punkt, ich will nicht jetzt die ganze Zeit, was wir erzählt haben und wie toll wir sind. Nein, ich will bloß sagen, dass der Markt technisch sauber gelaufen ist. Und dieses sauberne Abstoßen von der 4,60 wäre jetzt durchaus eine Short-Vorlage gewesen. Also die ist schon aktiv. Und in der befindet er sich noch. Und von hier müsste er eigentlich sogar neue Tiefs sitzen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn wir zum Freitag beispielsweise schon per Abwärtsskip reinkommen, dass er dann auch weiterarbeitet. Nochmal an der 3,30 ein bisschen sperrt. Ich glaube schon, dass er hier sperrt und ein bisschen mal hochzuckt, mal runterzuckt. Aber wenn die den hier flach legen und drunter drücken, dann geht er weiter. Und dann legt er auch das Tief nochmal nach unten um und dann kann er 2,70 erreichen und die 1,80, 1,15 und die Kante hier. Das sind jetzt die unteren Ziele. Da haben wir ja am, wann war das? Am Dienstag schon mal drüber gesprochen. Als er hier unten stand. Da haben wir ja schon mal gesprochen. Was passiert, wenn der Dax unter, sie unter 15 weiterarbeitet. Am nächsten Tag kam Aufwärtsskip und oben raus. Ist er nicht unten weiter rausgearbeitet? Aber an sich hat sich ja deswegen auch nichts geändert. Und das bleibt auch jetzt noch so. Also wenn der weiter unten raus, wenn der weiter unten raus arbeitet, Zwinger-Smiley zu denjenigen, die es immer nicht verstehen wollen. Wenn er unten raus arbeitet, wenn wir hier rote Kerzen sehen, wenn ihr 8 Uhr, 9 Uhr drauf guckt und ihr seht, der Markt ist schwächer als 15,4,18, hat er eben den Platz, so bis 15,3,30 erstmal zu laufen und sich dann eben weiterzuarbeiten. Ja, durchaus. Da muss man aufpassen, das kann er bis Tagesschluss noch durchziehen. Sollte der nicht unten rausarbeiten und über 4,60 gehen, wird es wieder schwammig. Das ist einfach so. Kann man jetzt, also ganz klar, wir haben, wie gestern, gestern war das technische Kaufsignal, jetzt hatten wir ein technisches Kaufsignal. Ich zeige es euch auch gleich noch am Tagesschluss. Aber das heißt deswegen nicht, 100% Garantie, dass der Markt fallen muss. Das ist wichtig, man muss das verstehen. Wir können das auch jeden Tag immer wieder durchkauen, aber wir kürzen das heute ein bisschen ab einfach. Wenn der das nicht annimmt und der bläst sich hier über 4,60 hoch, kann er sich auch komplett auskontern. Warum kann er sich komplett auskontern? Weil er das die ganzen letzten Male jetzt immer gemacht hat. Das heißt, der wird schwierig zu greifen oben raus. Der hätte bei 5,50 nochmal eine Chance, sich so nach dem Motto, sich spät zu überlegen und runter zu drehen. Aber ich sage mal schon, wenn der über 4,60 zum Freitag rausarbeitet, dann stimmt was nicht. Weil das ist ja der, das ist der Dreifachboden, den er gebrochen hat, um sich nach unten rauszuarbeiten. Jetzt hat er an Pullback das Ding bestätigt. Er hat keinen Grund, da wieder reinzugehen, außer er will sich auskontern. Na, 5,50 wäre für mich noch so eine Schmerzgrenze, aber eigentlich ganz klar, oberhalb von 4,60, der Kerl für mich gefährdet, wieder die komplette Strecke nach oben abzulaufen. Und dann haben wir wieder dieses ganz Klassische, was wir die letzten Wochen immer wieder gesehen haben, Freitag macht die Wochenkerze nochmal grün. Ich kann mir nicht vorstellen, als er das hinkriegt. Aber lass den mal per Aufwärtsgap über 4,60 reinkommen. Dann ist das nicht so viel Bewegung, die er machen muss. Und das Überraschungsmomentum hat er auf jeden Fall dann auf seiner Seite. Na, also von unten kommt die 5,50, die 600, hier 6,20 wäre ganz wichtig. Könnte sich an beiden Marken abstoßen, aber ich glaube, ich würde dort nicht Short gehen wollen dann, weil er mir einfach zu hoch wäre. Außer er haut sich dort eine rote Stundenkerze hin und man sieht wirklich, okay, das war wirklich bloß ein Rücklauf und er macht jetzt unten raus weiter. Dann könnte ich mir einen Short vorstellen. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, oberhalb von 4,60 eher das Risiko als erhöht einschätzen, dass er wieder mal in die komplett andere Richtung zurück rennt. So wie wir das jetzt auch hier hatten. Zum Donnerstag. So wie wir es schon am Mittwoch, so wie wir es die ganzen letzten Wochen immer, immer wieder gesehen haben. In die eine Richtung. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir zum Donnerstag irgendwo unten reingesetzt haben und dann hart wieder zurückgekommen sind. Das wäre nicht das erste Mal, wenn der Freitag dann wieder Rettungsanker spielt. Technisch gesehen eine gute Vorlage. Ich persönlich kann mir das gut vorstellen, dass wir weiter unten rausgehen. Aber ich will von ihm sehen, dass er unter der 4,60 bleibt. Dass er oben maximal noch an der 5,50 rumkratzt und sich dann ganz schnell runterdrückt. Im Idealfall vielleicht sogar per Abwärtsgip reinkommt. Dann hat man in dem Bereich hier schon auf der Short-Seite Vorteile. Oberhalb von 4,60 Vorsicht einfach. Ich kann das nicht genug betonen, weil ich an den Handen auch der Kommentare und was die Leute so schreiben, immer wieder merke, dass es den Leuten schwerfällt, diese zwei Varianten aufzugreifen. Deswegen betonen wir es Oberhalb von 4,60 einfach ein bisschen Vorsicht. Die Kontomöglichkeit ist erhöht, dann auch hier auf den Gap-Close direkt zu wuchten. Bis 37 hoch halt. Es wäre nichts anderes wie das, was Sie die letzten Wochen und die letzten Tage gesehen haben. Trotzdem, also so haben wir es zum Beispiel auch an die Premium-Leute geschrieben. Als sie hier unten stand, haben wir auch gesagt, macht mal lieber einen Teilverkauf. Wer Shorts drin hat, macht mal einen Teilverkauf. Der kommt bestimmt auf 4,60 zurück. Und lasst aber mal noch was drin. Und so wird es sich auch rangehen. Positionen aufbauen, absichern an den Stellen, wo man sieht, okay, jetzt dreht er vielleicht doch wieder um. Aber so einen Teil halt noch drinnen lassen, weil der Keilausbruch hier von diesem Keil, der hier vollzogen ist, hier gab es dann die Pullbacks ans Keilausbruch-Niveau, der ist noch aktiv und der hat unten noch gut Spielraum. Und deswegen würde ich da schon noch einen Teil immer drinnen lassen, damit man, wenn er weiter unten eskaliert, dabei ist. Aber ich würde schon das Risiko nicht unterschätzen, dass er uns wieder nur auskontert. Jetzt hat er einfach zu oft gemacht. Es wäre naiv, zu sagen, er kann das jetzt nicht nochmal machen. Aber er hat jetzt den ganzen Tag immer wieder gemacht. Jeden Tag. Jeder Tag ging komplett in die andere Richtung immer wieder. Hinher, 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 hinher. Der Tag schaut aus den Zebra-Streifen. Da können wir jetzt nochmal reingucken. Da sieht man nämlich ganz deutlich dieses, ach, das war die falsche Taste, sieht nämlich ganz deutlich dieses Unterbieten, seht ihr das, der vorherigen Spitzen hier, der hat die ganzen Kerzenschatten jetzt per Kerzenkörper unterschlossen. Er hat außerhalb des Bollinger-Bands geschlossen und da würde ich wirklich sagen, also das ist schon schick, das ist auch was, da haben wir ganz, ganz, ganz oft die letzten Wochen schon drüber gesprochen, wenn der Dax mal wieder unten aus dem Band rausgeht, macht er sich eine Chance auf, ein bisschen in den Rücklauf reinzugehen. Deutlicheren Rücklauf auch halt, ne? Also da hat er schon ein bisschen Bewegungsspielraum, den ja auch der Shortficker hier ein bisschen symbolisiert und von daher würde ich sagen, wir gucken mal jetzt, wie der Freitag sich entwickelt, ne? Sollte der jetzt auf dem Niveau oder tiefer bleiben, erhält er sich natürlich das Fenster unten offen. Wenn er jetzt natürlich nur eine grüne Katze zurückstellt und auf die 37 hochgeht, könnt ihr die Analyse für den Freitag oder für den Montag selber sprechen. Das geht wieder oben raus. Muss ich auch. Das ist so meine Pflicht als Analyst, zu sagen, hier und da ist ein technisches Signal. Ja? Und das reiche ich mit, sag ich mal, Erfahrung oder mit Sachen, die ihr so nicht seht, die nur ich sehe, wie zum Beispiel Leute, die YouTube-Kommentare drunter schicken oder die mir irgendwelche hast hier Raten per Mail schreiben. Sowas kriegt ihr nicht mit und das kann ich hier spielen. So wie wir das gestern gemacht haben und gesagt haben, na Vorsicht, Vorsicht, das Kontraantikativ. Da sind Leute dabei gewesen und da hat man gemerkt, dass die hier richtig im Schwitzen waren und das dann richtig so rausgeplatzt sind. Was für ein Zeichen dafür ist, dass doch mehr Leute long investiert sind als short. Wahrscheinlich. und das hat der Mark direkt ausgespielt, direkt, der hat die direkt so richtig richtig angefickt. Das muss man so sagen, wie es ist. Das kann man auch ganz umschreiben, das ist einfach so. Die Leute, die hier unter Stress standen und dann hier emotional ausgebrochen sind, sag ich mal, die hat er an die Wand geklatscht. Aber in Bravour hat er also technisch wirklich Chapeau. Das ist richtig, richtig große Klasse gewesen, was hier unten rausgemacht hat. Auch wenn es definitiv nicht dem einen oder anderen gepasst hat. Oder wenn viele wahrscheinlich auch gar nicht mit dabei gewesen sind und ganz wenig Punkte rausgeholt haben. Aber das ist immer gut für so große Strecke. Das sind meistens nie viele dabei. Das ist eigentlich immer so, das Markgesetz. Gut, also wir gucken uns jetzt den Freitag an. Wie gesagt, ich gebe ihm so bis 55 Puffer, aber eigentlich über 4,60 ist er mir zu anfällig, dass die Bullen ihn wieder hochziehen. Alles, was hier unter 4,60 bleibt, kann er machen, was er will. Kann er machen, was er will, das sehe ich dann eher unten raus, Richtung 3,50 nochmal, 3,30, 3,50, später 2,70, 1,80, 1,15 oder eben nochmal auf die alte Trendlinie, die ja einer unserer Zuschauer hier richtigerweise nochmal korrigieren lassen hat, weil ich die anfänglich falsch gezogen hatte. Zumindest nicht nach meinem Lehrgrundsatz gezogen habe, so wie ich es im Seminar immer beibringe. Das ist vollkommen richtig, die muss so liegen, wie sie jetzt liegt und würde damit knapp oberhalb der 15.000 einen Anlaufpunkt geben. Und von daher, zack, top, können wir zumachen die Kiste. ich will hier oben keine Pfeile reinsetzen, ich weiß nicht wie, weil ich würde selber nicht traden, ich würde es mir angucken, also außer natürlich diese eine Ausnahme, was ich euch erzählt habe, wenn er an die 5,50 rangeht, haut dort eine rote Stundenkerze weg, ich glaube, sowas könnte ich mir vorstellen, dass es shorter oder auch sogar, wenn es an die 600 rangeht und er hackt dort, wenn er von dort eine rote Stundenkerze unter die 5,50 zum Beispiel hackt, ich glaube, sowas würde ich mir schon probieren, sowas würde ich probieren, aber trotzdem, das Risiko ist da, das Risiko ist da, dass er sich wieder 0 umdreht, wieder nur auskontert, wieder nur die Leute überrascht, weil er momentan da ganz viel Spaß dran hat. Wir schauen mal, wir schauen mal. Es passt alles, er kann weiter, aber er hat dann für mich nichts oberhalb von 4,60 und auch nichts oberhalb von 5,50 zu suchen. So, aber bevor das jetzt zu lang wird und so ausgiebig machen wir hier einfach Schluss, ich denke, es ist alles gesagt und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.